Musik Mavarage, die rennt sich leicht. Ok, es wird Pedri. Pedri. Nice. Da ist die Box schon wieder. Easy. EASY! Inter Mailand Du gehst mir in den zweiten Box dran! Ja, keine Ahnung! Inter Mailand zu 5 Wappen Ich dachte aus 10 Boxen die Brecher kommen Also einen Brecher brauchen wir noch Freunde! Jetzt wird er aber wieder Wir haben gesagt, um 4 müssen wir hinlegen 4 müssen wir hinlegen Zu 4! Ja, ich hätte ihn eher Aber Rookie, Digga! Ja, gut! Rookie Kette, Leute! Zu 4! Zu 4 oder wirklich? Oh, dann meckerst du! Oh, jetzt bist du... Ey Freunde! Spätigus mal nachschauen, ob der Rookie Maddy was bringt Zu 4! Christiano Und? Kamalinga Zu 50! Gut! Ein bisschen versteckt zu 50, aber hey! Aber hey! Marius! GG! Fangen wir an! Fangen wir an! Zu 25! Und? Ja! Oh, das ist heftig! Also jetzt sollten wir jetzt langsam ein bisschen basher! Bisschen basher! Bisschen basher! Bisschen basher! Es gibt noch nicht viele Spots die wo komplett lieb auskommen Bisschen basher! Bisschen basher! Ja, ich hab's zu! 10,7! Zumindest hat er auch einen guten Geschmack! Also, wir gehen rein! Und wir haben ÖHRING HALLEN! Und er Begg! Begg! Zu 49! Also der, also der, der erwartet mindestens 10giftere, gell! Mindestens 10giftere! Keine Kaffee, weil wir haben ja erwartet! Und wir drehen um und haben Autograff Guillaume, ok, let's go, an der Etsy Frankreich-Box Digga, ja boi, mit der Briegnis wird noch was aufgehast, das ist ja unangenehm, Digga, und hier nochmal Sakkari Autograff, aber wir lüften jetzt erstmal die Nummerierung, und sie ist red, und sie ist so 25, Digga, da ist die Box schon wieder, I see, let's go! Kenneth Taylor, damals hat den Doku keiner gekannt, gell? Paul Amts, und BG, Doku, ja Doku, let's go, es ist zwar best, aber den nehmen wir mit, jaa, BOOM, Guter Fon, BAM, let's go, und richtig! Boah, der ist krass, Alter. Cristiano ist leider nicht drin, Pelino, weil sonst hat man schon Cristiano geschrieben. Oh, come on. Jaa, let's go! Piedri, du fustig Autograff! Rookie! Jaa! Körn! 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 Biggest thing on that!